Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, dieses Mal direkt für die Tux-Tage 2022 ein, ja, exklusiv, stimmt ja nicht. Also ihr habt es hier bei den Tux-Tagen als erstes gesehen und nachher natürlich in meinem Kanal Nicht der Weisheit, letzter Schluss auf YouTube oder bei Piatube. So, es soll darum gehen, um ja ungefähr 10 Tipps für Debian 11. Da wusste ich noch nicht genau, wie viele ich zusammenkriege, was ich nun toll finde an Tipps. Von daher ist es immer noch der Titel, den ich damals beim Anmelden von meinem Vortrag bei den Tux-Tagen angegeben habe. Es sind mittlerweile 11 Tipps geworden für Debian 11. Wäre natürlich viel schöner gewesen, 11 Tipps für Debian 11. Ja, bevor wir jetzt wirklich loslegen mit den einzelnen Tipps, so ein bisschen, ja, was ist Debian überhaupt? Das ist eine Distribution, die erst mal nur aus freier Software besteht. Also ihr könnt, ja, die Installationsmedien kopieren, wie ihr wollt. Ihr könnt die weitergeben, ihr könnt es modifizieren. Ihr habt die ganzen Rechte, die ihr bei freier Software habt. Es gibt auch einen Teil mit proprietären Teilen, also sowas wie Firmware-Treiber für Grafikkarten und Co. Aber erst mal ist Debian selbst frei. Das neue Debian 11 heißt Bullseye und enthält ca. 49.500 Software-Pakete, die ihr alle frei installieren könnt. Debian ist eine Distribution, die wirklich sehr viel mitbringt, unter anderem auch Desktops. Also ihr habt zum Beispiel den Gnome-Desktop, ihr habt XFCE als Desktop, ihr habt einen anderen Gnome-Desktop, ihr habt KDE, Cinnamon, Mate, LXDE, LXCute und darüber hinaus gibt es auch noch kleinere Fenstermanager, die, ja, für Systeme ganz praktisch sind, wo wirklich wenig Arbeitsspeicher und Rechenleistung zur Verfügung steht, die weniger Komfort mitbringen, aber damit kriegt man so ein System nochmal ganz gut zum Laufen. Debian hat auch für verschiedene CPU-Architekturen, Installationsmedien und diese ganzen Pakete, die laufen überwiegend eben auch auf der jeweiligen CPU-Architektur. Also wir haben einmal die PC-Architekturen, 32-Bit und 64-Bit, daneben gibt es aber auch ARM, sowie der Raspberry Pi, da könnt ihr ja direkt ein Debian drauf installieren und nicht dieses Raspberry Pi OS verwenden, sondern wirklich das Original. Dann gibt es noch MIPS, PowerPC, S390, Spark, also ganz verschiedene Architekturen und dort könnt ihr immer dasselbe Debian drauf laufen lassen. Darüber hinaus ist Debian eine Basis für viele andere Distributionen, also die leiten ihre Distributionen von Debian ab, zum Beispiel Ubuntu oder Deepen, Devoan oder diese G-Parted Live CD, GRML, das ist auch so ein Partitionierungs- und Systemanalyse-Live-System, Kali Linux ist was zum Hacken, dann LMDE, also die Linux Mint Debian Edition, die kommt auch da her, Paradox, Raspberry Pi OS, was früher mal Raspbian hieß, oder unter anderem auch der Univention Corporate Server, kurz vorm UCS. Also Debian ist eine große, auch sehr lange schon verfügbare Distribution, die frei ist und wo man sich quasi so Teile rauspicken kann, die man gerne hätte. Damit kommen wir jetzt auch wirklich zum ersten Tipp, den Desktop wechseln. Bei Debian ist nicht von vornherein festgelegt, was für ein Desktop ihr installiert, also nicht so wie bei Linux Mint zum Beispiel, da gibt es eine XFCE Edition, eine Mate Edition oder eine Cinnamon Edition oder bei Ubuntu gibt es die verschiedenen Varianten, da gibt es dann Kubuntu mit KDE Desktop oder Xubuntu mit XFCE Desktop. Bei Debian habt ihr ein Installationsmedium und die Pakete, die ihr für den ausgewählten Desktop haben möchtet, die werden direkt aus dem Internet heruntergeladen. Es gibt auch DVD-ISOs, wo das schon alles mit dabei ist, aber normalerweise ladet ihr das heutzutage aus dem Internet runter, so wie ihr es gerade haben möchtet. Während der Installation über so ein Installationsmedium, also das ist heutzutage normalerweise ein USB-Stick, über den ihr die Installation durchführt. Ihr könnt natürlich auch noch eine DVD brennen oder eine Boot-CD, je nachdem wie ihr es braucht, oder das Ganze in eine virtuelle Maschine reinstecken und davon halt ganz normal das Debian installieren. Da kommt zu einem Zeitpunkt ein Dialog, wo ihr gefragt werdet, ja, welcher Desktop soll es denn gerne sein? Das hier ist jetzt dieser Dialog, wo ich mir meine Software so grob zusammenstellen kann und ich kann auch sagen, welchen Desktop ich gerne hätte. GNOME ist hier vorgewählt und ich kann auch mehrere Desktops anhaken, dann habe ich die gleich alle mit dabei. Oder wenn ich das Ganze ein bisschen schneller haben möchte, dann nehme ich jetzt vielleicht bloß XFCE mit. Der ist ein relativ kleiner Desktop, der ist schlank, brauche nicht so viele Pakete wie andere Desktops vielleicht. Den nehme ich einfach erst mal mit. Wenn ihr das installiert habt, das System, und irgendwann dann so denkt, naja, gut, die Wahl war vielleicht doch nicht die beste, ich möchte noch mal was anderes zumindest ausprobieren, dann könnt ihr euch auch noch umentscheiden. Da gibt es dieses praktische Programm, das heißt Task Cell und dann bekommt ihr noch mal diesen Desktop-Auswahl-Dialog. Und jetzt habe ich auch schon meinen Anmeldemanager, wo ich mich anmelden kann. Und dann habe ich meinen XFCE-Desktop. Da sieht dann so aus, da ist mir sowas eingerichtet. Und ja, wenn ich jetzt XFCE doch nicht mehr haben möchte oder ich möchte einfach noch mal was anderes ausprobieren, dann schnappe ich mir hier so eine Shell und hole mir Root-Rechte. Das mache ich mit SU-, also SU ist für Super-User. Und wenn ich Freifeld- hinterher mache, dann bekomme ich eine neue Umgebung für den Root-Benutzer. Da sind dann Variablen hinterlegt, sodass ich auch die richtigen Programme starten kann, die für normale Benutzer eigentlich nicht interessant sind, aber für den Root-Benutzer. Und darum kommt das mit dem Minus hinten dran, damit ich das auch wirklich alles benutzen kann. Da habe ich jetzt mein Passwort eingegeben. Und wenn ich jetzt Task-Sell eingebe, dann habe ich quasi denselben Dialog hier noch mal wie vorhin. Ist jetzt nicht grafisch, also das ist dieser Text-Modus. Ich möchte zusätzlich jetzt noch den LX-Cute-Desktop installieren. Da mache ich mit Leertaste an die betreffende Stelle ein Sternchen. Und Sternchen heißt, das soll installiert werden. Mit Tabulator kann ich rumspringen zwischen den einzelnen Elementen hier. Und auf OK gehe ich drauf, dann wird es rot. Und ich sage hier Enter. Und jetzt installiert er noch ein paar Pakete mit dazu. Wenn die Installation jetzt durch ist, dann sind wir wieder zurück auf unserer Konsole, auf unserem Terminal. Und ja, sind wir jetzt eigentlich so weit fertig, dass wir den anderen Desktop mal ausprobieren können. Also mache ich hier einmal zu und gehe hier oben drauf und sage Abmelden und nochmal Abmelden. Und dann habe ich wieder meinen Anmeldemanager. Und ich kann zusätzlich hier oben auswählen, welche Sitzung ich haben möchte. Gerade eben hatten wir hier XFCE, diese Sitzung. Und jetzt möchte ich mal LX-Cute ausprobieren. Wähle das da aus, gebe wieder meinen Benutzernamen ein. Mein ultra sicheres Passwort. Und schon habe ich einen anderen Desktop. Wer Debian benutzt, wird es wahrscheinlich tun, weil Debian sehr stabil ist und innerhalb von dem Support-Zeitraum, der ungefähr fünf Jahre beträgt, auch keine großen Änderungen an irgendwelchen Paketen vornimmt. Das Debian-Team versucht, nur Sicherheitskorrekturen und andere Korrekturen zu machen an den Paketen. und die Versionsnummern halt gleich zu lassen von der Software, die mit dabei ist. Also die werden auch Sicherheitskorrekturen zurückportieren von neuen Versionen und dafür halt sorgen, dass euer System weiterhin stabil bleibt und ihr keine Änderungen an Konfigurationsdateien vornehmen müsst und sowas. Wenn ihr jetzt mal ein bisschen was Aktuelleres haben wollt, könnt ihr natürlich eine andere Distribution nehmen oder ihr wechselt auf einen anderen Veröffentlichungszweig. Also neben diesem stabilen Zweig, also der Stable heißt bzw. einen Codenamen für die jeweilige Debian-Version wie Bullseye oder sonst was hat, könnt ihr auch den Testing-Zweig nehmen. Dort kommen Pakete rein, die ja vorgemerkt sind für eine kommende stabile Debian-Version und so einen Kandidaten-Status haben. Ihr könnt euer System auf Debian-Testing umstellen, dann bekommt ihr deutlich aktuellere Pakete als die im stabilen Zweig drin sind. Die sind halt nicht so gut getestet wie die stabilen Pakete aus dem stabilen Zweig und ihr könnt da einfach mal so ein bisschen gucken, was in einer kommenden Version höchstwahrscheinlich denn Sache sein wird. Ein Debian-System umzustellen auf Testing bedeutet gleichzeitig auch, dass es so eine Rolling-Release-Distribution wird. Da kommen immer mal wieder neue Pakete rein und wenn ihr dann euer System aktualisiert, dann kriegt ihr halt immer diesen Testing-Stand an Paketen mit Neuerungen und vielleicht auch neuen Problemen dazu. Normalerweise ist das kein großes Problem. Auch wenn es Testing heißt, ist es weiterhin sehr stabil, wahrscheinlich vergleichbar mit anderen Distributionen und das Umstellen ist jetzt auch gar nicht so schwierig. Ihr habt eine Paket-Quellenliste, die aufzählt von wo Pakete heruntergeladen werden können aus dem Internet. Da könnt ihr eine globale Datei nehmen, die ETC-APT-Sources-List heißt oder ihr könnt in diesem Verzeichnis, das fast genauso heißt, aber ein Punkt D dran hat, eigene Dateien anlegen, die halt spezielle Paket-Quellen-Listen für verschiedene Zwecke haben. Wichtig dabei ist, dass die Dateiendung Punkt List heißt. Wenn wir jetzt eine neue Liste aufmachen, die Debian-Testing.List heißt und wir da diesen Inhalt reinschreiben über den Echo-Befehl, dann haben wir schon mal diese Paket-Quellenliste erstellt und durch das apt-get-update holen wir uns die Liste mit den neuen Paketen. Da steht dann drin, welches Paket in welcher Version von welchem Server runtergeladen werden kann und danach können wir einmal die Software, die wir bereits installiert haben, aktualisieren. Dabei wird aber bloß bestehende Software aktualisiert. Also es wird nichts dazu gefügt, es wird auch nichts entfernt. Wenn jetzt von einer neueren Version, die in Testing drin ist, weitere Bibliotheken gebraucht werden, die noch nicht installiert sind auf eurem System, wird das nicht aktualisiert. Also es bleibt weiterhin auf diesem stabilen Zweig. Wenn ihr euer System jetzt komplett einmal umstellen wollt, sodass apt auch weitere Pakete hinzufügen darf oder auch mal was entfernen darf, gibt es dafür apt-get-dist-upgrade. Das darf eben wirklich alles umstellen auf diesen Testing-Zweig. Das gucken wir uns jetzt mal an, was da so passiert. So, ich habe mir das jetzt schon in die Zwischenablage kopiert und werde das jetzt einmal in meiner virtuellen Maschine ausprobieren. Ich hole mir dafür einmal wieder Root-Rechte und jetzt kopiere ich das einfach aus der Zwischenablage direkt in die Shell rein und lasse diese einzelnen Punkte mal ausführen. Jetzt werde ich gefragt, ob ich bestehende Pakete aktualisieren möchte. Die Pakete werden zwar aktualisiert, aber sind teilweise im Umfang so ein bisschen angewachsen. Von daher werden jetzt 66,2 MB mehr auf der Festplatte verbraucht. Wenn ich da mal gucke, was da alles mit bei ist, sind das relativ viele Pakete, die keine zusätzlichen Abhängigkeiten haben und die können über dieses apt-get-upgrade einfach installiert werden beziehungsweise aktualisiert werden. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal. Da drücke ich jetzt J und Enter und jetzt lädt es weiter Pakete runter und dann werden die einfach auch mit installiert. Und dann schauen wir mal, was sich da denn getan hat. Jetzt sehe ich hier so eine Liste mit Änderungen, die an Paketen vorgenommen wurden, die hervorgehoben werden von den Debian Maintainer. Kann ich mir durchlesen, da kann ich auch ein bisschen hin und her scrollen mit Pfeil nach oben und nach unten. Und wenn ich da genug gelesen habe, was sich da so geändert hat, drücke ich einfach Q für Quit, für Beenden. Und dann geht es auch weiter mit dem wirklichen Installieren und konfigurieren dieser Pakete. Ja, das Aktualisieren der vorhandenen Pakete ist jetzt durch. Die nächste Runde ist jetzt, dass wir apt auch erlauben, zusätzliche Pakete zu installieren. Das braucht ein bisschen zusätzlichen Speicherplatz. Wie hier unten steht, also 1589 MB braucht es jetzt mehr als vorher. Und dafür müssen wir über 1 GB runterladen. Das dauert natürlich ein bisschen, aber ich will das dennoch machen. Von daher sage ich wiederum, ja, J und Enter. Und jetzt dauert es wieder. Bei solchen größeren Änderungen kann es auch dazu kommen, dass einige Dinge halt neu gestartet werden müssen. Davor warnt mich dann auch apt mit solchen Dialogen. Ich habe letztendlich auch keine Auswahlmöglichkeit. Ich kann bloß OK wählen. Aber ich bin jedenfalls dadurch einmal gewarnt worden. Genauso wie mit anderen Diensten, ob ich die jetzt neu starten möchte. Ja, eigentlich möchte ich das machen. Denn, ja, im Moment bin ich ja direkt vor dem System davor. Das ist zwar virtuell, aber ich bin direkt davor. Von daher möchte ich das schon mal machen. Also ich habe da jetzt keine Netzwerkverbindungen, die ich damit eventuell abwürge. Von daher nehme ich dort auch ja. Solche Updates habe ich auch gemacht auf entfernten Servern, wo ich mich über das Internet drauf verbunden habe. Und bis jetzt hat das nie ein Problem gegeben. Also von daher, mach das einfach. Jetzt ist auch noch unser Dist-Upgrade durch. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wenn wir das jetzt einmal hier zumachen. Und am besten auch nochmal Neustart hinterher schieben. Denn dann haben wir wirklich alles komplett ausgetauscht. Also alles einmal neu geladen mit unseren neuen Paketversion. Und dann gucken wir mal, was sich dann so ergibt. So, das ist jetzt unser Anmeldemanager nach dem Neustart. Neustart, jetzt melde ich mich wieder an. Und dann gucken wir einfach mal, was sich so ergeben hat. Also ich nehme wieder diese LX-Cute-Arbeitsumgebung. Und mal gucken. So, auf den ersten Blick hat sich jetzt nicht wirklich was geändert. Ist ja eigentlich auch ganz gut. Aber ein paar neuere Programme sollten jetzt mit dabei sein. Also, dass sich in den Versionsnummern so ein bisschen was getan hat. Testing ist jetzt natürlich schon ein bisschen neuer als das stabile Debian. Und im Laufe der Zeit kommen auch neue Versionen von Programmen mit dazu. Das ist denn so eine Roding-Release-Distribution. Und wenn ihr das jetzt noch aktueller haben wollt und so ein bisschen experimentierfreudiger seid, könnt ihr auch den Unstable-Zweig von Debian verwenden. Da kommen die noch nicht wirklich oder überhaupt nicht getesteten Pakete rein. Die sind nicht unbedingt instabil, aber sie sind halt nicht getestet. Auch nicht mit verschiedenen Abstimmungen zwischen einzelnen Paketen und sonst irgendwas. Also da kann wirklich auch häufiger mal was schief gehen. Also nicht so wie bei Testing, wo ihr relativ gut auf der sicheren Seite seid. Also damit betretet ihr so das Debian-Testlabor. Und da könnt ihr euer System auch drauf umstellen. Das sieht relativ ähnlich aus. Also ihr macht wieder so eine Paketquellenliste. Dieses Mal als Schlüsselwort allerdings Unstable und nicht Testing. Und da könnt ihr eine zusätzliche Paketquellenliste nach demselben Schema anlegen. Dann wieder Paketliste aktualisieren, die bestehenden Pakete aktualisieren oder wenn ihr alles umstellen wollt, über das Dist-Upgrade. Ja, das könnt ihr machen, wenn ihr wirklich experimentierfreudig seid und wirklich relativ neue Versionen von LibreOffice, keine Ahnung, Inkscape, vielleicht GIMP und was es noch so alles gibt, haben wollt. Aber da tut sich relativ viel und es kann auch etwas kaputt gehen. Also wenn ihr damit produktiv Systeme betreiben wollt, lasst es einfach. Macht es nicht. Aber zu ein bisschen rumspielen ist es eine ganz gute Sache. Aber ansonsten lieber was bewährteres. Also ein Stable nehmen. Auf der Kommandozeile könnt ihr auch einen Editor wählen. Einige Programme oder Skripte, sowas wie Vsudo zum Konfigurieren von Sudo-Benutzern direkt über die Kommandozeile, rufen ein Texteditor auf. Je nachdem wie es gesetzt ist in eurem System, habt ihr euren Lieblingseditor oder eben auch einen, der euch nicht so unbedingt gefällt. Von daher könnt ihr über hier Update-Alternatives-Config-Editor das setzen. Und dann könnt ihr euch einen Editor aussuchen, der eurem Geschmack am besten entspricht. Gucken wir uns einmal an, wie das aussieht. Da habe ich mir das mal wieder einfach reinkopiert. Kopieren, Einfügen ist so mein Freund. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann habe ich hier eine relativ einfache Liste, womit ich meinen Editor festlegen kann. Es gibt letztendlich zwei Möglichkeiten. Einmal Nano ist so ein leicht zu bedienender Texteditor. Und dann gibt es Vim, ein sehr mächtiger Editor, der so ein bisschen kryptische Tastaturkürzel verwendet. Also das erklärt sich nicht so einfach selbst. Da braucht man ein bisschen Übung zu. Und da muss man auch ein bisschen Dokumentation mal lesen, damit man diese Tastaturkürzel alle kennt. Oder jedenfalls einen großen Teil davon. Und wenn man die dann kennt, ist man sehr, sehr flink damit. Aber für den Anfang würde ich Nano empfehlen. Von daher lasse ich es bei der 0, die schon vorgewählt ist. Und damit sind wir da durch. Wenn ihr einen Laptop nicht nur fürs mobile Arbeiten braucht und den quasi dann zuklappt und dann damit Strom sparen möchtet, sondern den eben auch für andere Zwecke brauchen möchtet. So wie ich zum Beispiel. Ich mache auf Laptop auch mal Virtualisierung. Und dann klappe ich ganz gerne den Deckel zu, damit er nicht so einstaubt. Und damit dieses Display auch ein bisschen geschützt ist. Viele Distributionen sind so eingerichtet, dass wenn ich den Deckel zuklappe, der Rechner in einen Standby-Modus geht. Und dann alle laufenden Aktivitäten, wie auch hier meine Virtualisierung oder Netzwerkverbindungen, Downloads und so weiter unterbrochen werden. Das kann natürlich für euren Anwendungsfall total super sein oder für mich eigentlich eher eine blöde Sache. Daher habe ich zum Deaktivieren von diesem Verhalten mal was zusammengestellt. Da sind verschiedene Methoden kombiniert, damit es auch wirklich funktioniert. Und ja auch nicht nur unter Debian, obwohl es hier ja bloß unter Debian gehen soll. Das Ganze funktioniert auch unter Ubuntu und Linux Mint auf dieselbe Art und Weise. Da schreibe ich als erstes erstmal eine Konfigurationsdatei, die dafür sorgt, dass beim Schließen von dem Deckel, also dieses Handle-Lit-Switch, das ist der Deckel, einfach mal nichts passiert, also Ignore. Das Einzige, was ich noch haben möchte, ist, dass wenn ich diesen Stromknopf, diesen An-Aus-Knopf drücke, dass der Rechner dann runtergefahren wird. Das schreibe ich in diese Konfigurationsdatei rein und dann wird das für ein System D auch so umgesetzt. Das kann allerdings auch sein, dass das bei einigen Systemen nicht ausreicht, das dort zu setzen. Darum deaktiviere ich hier auch noch verschiedene Schlaf-Modi und ja, diese Stand-by-Modi und diese ganzen Typen. Da gibt es verschiedene Targets, also Ziele, die das System einnehmen kann. Und über das System CTL-Mask deaktiviere ich diese ganzen Zielzustände. Also kann das System dann sich nicht mehr schlafen legen. Und damit das Ganze auch wirklich sofort angewendet wird und nicht erst nach dem nächsten Neustart gilt, starte ich diesen Login-D-Service, wo wir hier diese Konfiguration geändert haben, einfach nochmal neu. Und wenn ihr das alles ausgeführt habt, könnt ihr den Deckel zuklappen und es passiert nichts. Zur Abwechslung mal wieder ein weiterer Tipp, wie ihr euer Debian mit frischeren Paketen bestücken könnt. Ihr könnt natürlich zu Testing und Unstable wechseln, wie wir das schon vorher mal hatten. Aber ihr könnt auch einige spezielle Pakete aus den sogenannten Backports nehmen. Das sind Pakete, die speziell aus neueren Distributionen auf Stable zurückportiert wurden. Also diese Pakete wurden ein bisschen angepasst und wurden neu kompiliert, sodass ihr sie unter einem Debian Stable verwenden könnt. Dafür gibt es natürlich auch wieder eine Paketquellenliste. Die speichern wir dieses Mal in dem Namen bullseye-backports.list und der Inhalt ist folgender. Also da gibt es denn als zusätzlichen Zweig dieses bullseye-backports in den verschiedenen Kategorien Main, Contrib und Non-Free. Dann aktualisieren wir wiederum unsere Paketquellenliste, damit unser Paketmanagementsystem weiß, welche Pakete es in welcher Version von welchem Server herunterladen kann. Und dann können wir Pakete daraus installieren aus diesen Backports. Die haben aber eine sehr geringe Priorität, sodass sie normalerweise nicht installierbar sind. Wir können aber durch den zusätzlichen Parameter minus t und bullseye-backports sagen, dass wir explizit aus diesem Debian Zweig den Backports Zweig Pakete beziehen möchten. Und dann können wir über apt-get install ein Paket wie hier den Free-Epa-Client einfach installieren. Und zusätzlich sorgt der Parameter minus y dafür, dass wir keine Nachfragen bekommen. Wie wir es vorhin schon mal gesehen haben, fragt sonst der Paketmanager nach, ja, sollen wir diese Aktion jetzt wirklich durchführen? Sollen Pakete installiert werden? Und dann muss man j und enter drücken. Und durch dieses minus y als zusätzlichen Parameter ersparen wir uns das und dann wird immer ja beziehungsweise yes angenommen. Dann haben wir noch eine weitere Art, wie wir jetzt Prioritäten von Paketen festlegen können. Die nennt sich Pinning. Wenn man jetzt Pakete von Testing oder Unstable eingebunden hat, dann haben die aufgrund ihrer neueren Versionsnummer eine höhere Priorität, dass sie im System installiert werden. APT, der Paketmanager, guckt einmal ganz allgemein nach einer Priorität. Die kann man gezielt festlegen. Die ist standardmäßig so festgelegt, dass die alle die gleiche Priorität haben. Aber dann guckt APT, wo es das neueste Paket gibt. Also wenn es in dem einen LibreOffice 6 gibt und in dem anderen LibreOffice 7, wird APT erstmal von sich aus das neuere LibreOffice installieren. Wenn wir jetzt aus Unstable beziehungsweise SID einzelne Pakete rausziehen möchten, die wir installieren möchten, ohne wirklich alles komplett umzuschmeißen, also quasi eine eigendefinierte Zusammenstellung aus Unstable oder Testing Paketen in unserem normalen Stable System haben möchten, können wir über Pinning festlegen, dass die Pakete aus Unstable beziehungsweise Testing erstmal eine sehr geringe Priorität haben, damit sie nicht automatisch beim Upgrade oder Dist-Upgrade installiert werden. Von der Art her ist das so ein bisschen wie die Backports, die wir gerade eben hier hatten. Die werden ja auch nicht einfach so installiert, sondern wir müssen beim Installieren diesen "-t-Bullseye-Backports-Parameter mitgeben, damit APT von da wirklich Pakete bezieht. Ähnlich ist es denn hier, wenn wir eine Paketquellenliste für unser Unstable, hier habe ich es mal SID genannt, und dort auch, das ist dasselbe, also SID und Unstable ist wirklich dasselbe, dann können wir dort die Priorität für alle Pakete, die von dort kommen, einfach mal runtersetzen. Das ist das sogenannte Pinning. Da machen wir eine zusätzliche Konfigurationsdatei, die wir unter etc.apt-preferences.d anlegen und dann denken wir uns einen Dateinamen aus. Ich habe den einfach mal SID-100 genannt, weil wir die Priorität auf minus 100 runterstufen. Und damit werden diese Pakete normalerweise überhaupt nicht installiert. Das ist diese Pinning Priority. Dann legen wir natürlich noch fest, für welche Pakete es gelten soll. Da haben wir diesen Package-Parameter und durch Sternchen sagen wir, das gilt für alle Pakete. Ich könnte jetzt auch für gezielte Pakete aus einem Zweig oder allgemeinen Prioritäten festlegen. Ich könnte sagen LibreOffice Sternchen oder so. Dann hätte ich die LibreOffice Pakete mit einer anderen Priorität versehen. Aber ich möchte das hier für das SID-Unstable für alle Pakete machen. Dann habe ich ein weiteres Filterkriterium, wo ich den Release-Zweig nochmal festlege, wo ich sage, ich möchte alle Pakete aus Unstable mit dieser neuen Priorität minus 100 versehen. Ja, und wenn ich das gemacht habe, muss ich natürlich wieder meine Paketquellenliste aktualisieren. und dann ist es so ähnlich wie bei den Backports. Da muss ich explizit angeben, dass ich die Pakete aus dem SID-Zweig, aus dem Unstable-Zweig haben möchte. Ansonsten würde ich das SSH-Guard-Paket entweder gar nicht bekommen, weil es ja vielleicht immer noch nicht im Stable-Bereich drin ist, könnte sein. Oder ich bekomme halt eine ältere Version und durch die Angabe minus T-SID wird es einfach aus dem SID-Bereich installiert, obwohl die Priorität bei minus 100 liegt und damit normalerweise nicht installiert würde. Die Abhängigkeiten werden weiterhin ganz normal aufgelöst, also so, dass wenn jetzt hier das SSH-Guard-Paket verschiedene Bibliotheken braucht, in einer neueren Version, als dass sie bei Stable drin wären, würden die auch installiert, damit das Ganze auch wirklich läuft. Diesen Tipp habe ich euch ja schon so ein bisschen am Anfang geteasert, dass ihr auf einem Raspberry Pi auch das Original Debian installieren könnt. Im Gegensatz zu dem Raspberry Pi OS, was ja ein paar Vorteile hat, ein paar Nachteile hat, habt ihr hier wirklich das Original Debian vom Debian-Projekt. Da funktionieren solche Sachen wie Virtualisierung oder ARM64 und auch LXC-Container. Da habe ich Videos zu gemacht, dass man darauf auch virtualisieren kann und auch Container laufen lassen kann. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das funktioniert unter dem Raspberry Pi OS eben nicht, selbst nicht unter der 64-Bit-Version. Also von daher könnt ihr, wenn ihr auf irgendwelche Probleme stoßt, mal das Debian 11 for ARM64 auf eine SD-Karte draufschreiben oder auf einen USB-Stick oder für meine Videos habe ich es gemacht, dass ich mir eine externe SSD genommen habe. Die ist über USB angebunden und wirklich sehr, sehr schnell im Gegensatz zu einer SD-Karte oder einem USB-Stick. Also da liegen wirklich Welten zwischen. Das Debian-Projekt hat eine eigene Seite, wo es Images für den Raspberry Pi gibt. Also es gibt dieses raspi.debian.net. Da kriegt ihr so eine Auflistung mit verschiedenen Möglichkeiten, was man damit machen kann. Und diese Pakete werden jeden Tag oder vielleicht jede Nacht einmal neu gebaut. Und einige davon sind wirklich getestet. Also da probieren verschiedene Leute diese Pakete aus und geben so Bewertungen ab. Ob dieses Paket vom XY-Tag auch wirklich gut funktioniert hat. Und das liegt denn unter diesen Tested Images. Und da habe ich damals, als ich mein Video gemacht habe, da geguckt, was gibt es da gerade für den Raspberry Pi. Und dann habe ich dieses Image aus dem Januar genommen. Ist ja schon wieder ein bisschen näher. Also es wird deutlich neuere jetzt natürlich geben, die auch jemand mal getestet hat. Und dann schreibt er dir auf eine SD-Karte, auf einen USB-Stick oder irgendwas anderes, was so ein Raspberry Pi booten kann. Ihr könnt das Ganze entweder grafisch machen, das heißt Balea Etcher zum Beispiel. Das ist so eine grafische Oberfläche, wo ihr so eine Image-Datei angebt. Die ladet ihr erstmal runter von dieser Seite. Und dann sagt ihr über diese grafische Oberfläche, wohin das geschrieben werden soll. USB-Stick, SD-Karte und Co. Wenn ihr das jetzt eher auf der Kommandozeile macht, so wie ich, dann habt ihr ein Image, was mit XZ komprimiert ist. Und damit wir das auf eine SD-Karte schreiben können, müssen wir das erstmal dekomprimieren. Dafür gibt es XZ-Cat. Minus D heißt dekomprimieren. Und dann wird so ein dekomprimierter Datenstrom aus dieser Datei gemacht. Und über das nächste Programm wird das Ganze auf eure SD-Karte oder was auch immer drauf geschrieben. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr das richtige Gerät erwischt. Also SDX gibt es zum Beispiel nicht. Also wenn ihr einen externen Kartenleser dran habt, dann heißt es vielleicht SD, B, C oder sonst was. Da müsst ihr einfach mal genau gucken, zum Beispiel über D-Mask, wie das Dings heißt. Und wenn euch das zu kompliziert ist, nehmt lieber eine grafische Oberfläche. Debian besitzt eine Konfigurationsdatenbank, die Deppconfer ist. Dort schreiben Pakete, Konfigurationsparameter rein und die Skripte in diesen Paketen werten die auch wieder aus und schreiben damit vielleicht Konfigurationsdateien und machen dieses und jenes. Diese Dialoge, die wir schon so ein bisschen gesehen haben in diesem Video, wo ja so ein blauer Dialog ist mit so Schrift drin, wo man eventuell was auswählen kann. Da ist normalerweise die Deppconfer hinter, also dieser Dialog. Da fragt irgendwelche Fragen an euch, den Administrator, und schreibt diese Werte erstmal in die Deppconfer, dass es da hinterlegt ist und auch wieder ausgelesen kann über das jeweilige Paket. Das ist erstmal dieser normale interaktive Mechanismus. Ihr werdet was gefragt, das wird in die Datenbank geschrieben und dann verwendet. Ihr könnt allerdings auch die Deppconfer vorher mit Werten belegen und dann auch noch sagt über Debian Frontend, gleich non-interactive, dass diese Fragen an den Administrator nicht gestellt werden sollen. Denn jedes Mal, wenn so ein Dialog kommt, steht erstmal die Installation und wartet auf weitere Eingaben. Wenn ihr jetzt diese Techniken miteinander kombiniert, könnt ihr damit komplett interaktive Paketinstallationsroutinen erstellen. Mit euren Lieblingseinstellungen, die ihr haben wollt. Und dann habt ihr hinterher so ein Skript und dann läuft das komplett durch und dann ist es genauso, wie ihr es haben wollt, ohne dass irgendjemand meinen Knopf drücken muss. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was es für Parameter gibt, gibt es dieses Deppconf-Get-Selections. Das wird alles zusammengeschrieben, also da fehlen jetzt keine Leerzeichen. Und dann bekommen wir eine relativ lange Liste mit allen Parametern, die in der Deppconf drinstehen. Wenn wir uns jetzt bloß für einen kleinen Teil interessieren, zum Beispiel das Paket TZ-Data, wo die Länderparameter und Zeitzonen festgelegt werden, dann bekommen wir eine kürzere Liste, das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Dann bekommen wir ja verschiedene Informationen daraus. Also das ist so der Bereich hier. Dort wird dann festgelegt, auf welchem Kontinent wir uns befinden, auf was die Systemzeit eingestellt ist und was unser nächster Ort ist. Also für Deutschland ist es normalerweise Berlin, gibt auch noch Büsing, aber Berlin ist eigentlich so das Normale. Dann können wir diese Parameter, die wir vorher über das Deppconf GetSelections ausgelesen haben, als so einen kleinen Parameterblock hier nehmen, schreiben das in unsere Skriptdatei rein, über Echo, Anführungszeichen, bis da hinten, geben wir es erstmal auf den Bildschirm aus, aber wir möchten es weitergeben, diese Ausgabe, an Deppconf SetSelections. Damit werden diese Parameter gesetzt und dann kann ich hier meine Umgebungsvariable setzen, sodass wir kein interaktives Frontend haben, dass es keinen Stopp gibt bei der Installation und dann installieren wir das Paket tzData und dann stellt es keine interaktiven Fragen, sondern guckt sofort in der Deppconf nach und sieht diesen Parameter da, wie die Zeitzone eingestellt wird und so weiter und so fort und installiert das Paket und konfiguriert das an den richtigen Stellen in Konfigurationsdateien und ja, dann haben wir unsere Zeitzone und unseren Standort soweit gesetzt. Man kann auch hinterher ein Paket nochmal neu konfigurieren, also dieses tzData-Paket kann ich neu konfigurieren und wenn ich diese Umgebungsvariable Debian Frontend nicht gesetzt habe, bekomme ich da denn auch wieder den Konfigurationsdialog, wo ich mir diese einzelnen Parameter denn ja wieder zusammensuchen muss, also wieder gefragt werde, das nochmal wieder bestätigen muss, wie es schon drin steht oder eben auch nicht und dann wird das Paket nochmal neu konfiguriert. So, das gucken wir uns jetzt mal an. Als erstes lese ich jetzt mal was aus. Ich habe das wieder in Zwischenablage kopiert und füge das jetzt ein. Das ist so das Normale dabei, dass es erstmal nicht funktioniert, denn das Kommando depconf getselections ist nicht standardmäßig vorinstalliert, beziehungsweise das Paket, wo es drin ist, ist normalerweise nicht mit dabei. Ist irgendwie so ein bisschen inkonsequent, denn das Gegenstück, denn das gibt es nämlich. Damit das jetzt auch wirklich funktioniert, muss ich mir erstmal noch das Paket depconf-utils hinzu installieren und dann habe ich jetzt auch wirklich mein depconf-getselections und kann jetzt mal gucken, welche Einstellungen ich bei dem tz-data-Paket habe. Dort habe ich teilweise Konfigurationswerte, die nicht belegt sind, so wie das hier. Da steht nichts dabei. Da steht zwar select, aber danach kommt nichts. Hier etc, da kommt utc. Also das sind sie hier quasi so unter Parameter. Also das Paket heißt tz-data. Danach wird dann halt geguckt und dann werden verschiedene Variablen mit Werten belegt und die kann man mit so Schrägstrichen auch trennen. Also das hier ist belegt, das hier ist belegt und hier unten das ist belegt. Der Rest ist halt nicht mit Werten belegt. Die können wir eigentlich weglassen, diese ganzen einzelnen Zeilen. Also das hier, das brauchen wir überhaupt nicht. Das brauchen wir also auch nicht im Skript abzuspeichern. Wenn ich da jetzt meine Auswahl getroffen habe und mir das nächste einfach mal rauskopiere, dann habe ich jetzt hier den Block, der einfach so eine Ausgabe macht, also meinen Parametersatz, den ich haben möchte mit hier Berlin und UTC und Europe und das Ganze an depconf.getselections übergebe, dann sieht man nichts. Wenn man nichts sieht, ist es eigentlich immer gut. Dann sind diese Werte in die depconf reingeschrieben worden. Und wenn ich als nächstes das Paket tz-data neu konfiguriere, das ist dieser Dialog, wenn ihr das Paket zum ersten Mal installiert. Normalerweise nimmt das Installationsprogramm euch das ab, also dieser Debian Installer, der konfiguriert das schon mal für euch, setzt im Hintergrund diese Parameter in der depconf, sodass ihr diesen Dialog normalerweise nicht seht. Aber so würde er aussehen, wenn ihr das per Hand das erste Mal installiert. So, oder eben jetzt dieses Reconfigure macht, dann kriegt er den Dialog auch nochmal. Also, Europe hatten wir, beziehungsweise steht sogar Europa ja, Berlin und damit ist es jetzt gesetzt. Wenn ich jetzt eine nicht interaktive Installation machen möchte, dann kann ich mir diesen speziellen Wert in meiner Umgebungsvariablen setzen. Also das hier, Debian Frontend gleich non-interactive. Und wenn ich jetzt nochmal dieses Reconfigure mache, dann passiert nämlich gar nichts. Also dieser Dialog, da kommt nicht mehr, also ich werde nicht mehr gefragt, wo ich mich befinde. Und da werden nur noch die Werte aus der depconf ausgelesen und das Paket dementsprechend konfiguriert. Beim Anmelden von einem Benutzer am System könnt ihr verschiedene Dinge automatisch ausführen lassen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr euch an einen Desktop anmeldet, dann gibt es vielfach so eine Art Autostartverzeichnis, wo ihr einfach Skripte angeben könnt, die automatisch ausgeführt werden sollen. Wenn ihr das Ganze aber so machen möchtet, dass es auch schon passiert, wenn ihr euch zum Beispiel über SSH anmeldet oder über eine Textkonsole, dann gibt es ja Methoden, damit es quasi immer funktioniert. Da können wir unter etc.profile.d Skripte ablegen. Die werden beim Anmelden ausgeführt oder wenn ihr jedes Mal, wenn ihr eine Bash Shell öffnet, dann könnt ihr es in diese Skriptdatei reinschreiben. Ihr könnt damit zum Beispiel neue Kommandos definieren, so einen Alias anlegen, um damit verschiedene Dinge zu automatisieren oder einfach längere Parameterzeilen zusammenzupacken und ein griffiges, kleines Kommando draus zu basteln. Also ich habe das zum Beispiel hier gemacht. HE, das entfernt die History, also meine Bash History, löscht die einfach einmal auf diese Methode, dann auf die andere Weise, löscht diese History-Datei, also eingegebene Befehle, die ich auf dem System gemacht habe und hinterher wird meine Konsole auch beendet durch das Exit. Das Kommando heißt hier HE beziehungsweise es ist ein Alias auf diese Einzelkommandos. Ich muss jetzt nicht mehr das hier tippen, was jetzt blau ist, sondern ich kann einfach HE, Enter eindrücken und dann wird hier der Verlaufspeicher gelöscht und die Shell wird auch gleichzeitig noch beendet. So was kann ich denn ablegen in einer neuen Datei, in diesem Verzeichnis und diese Datei heißt denn myaliases.sh und das ist das nächste Mal denn verfügbar, wenn ich mich am System angemeldet habe. Damit es bei jedem Öffnen von einer Bash-Shell ausgeführt wird, kann ich jetzt den Inhalt von dieser gerade erstellten Skript-Datei auch noch nehmen, gebe den über CAT aus, zeige ich mir das normalerweise in meiner Shell direkt, aber diese Ausgabe leite ich weiter und füge diese Ausgabe an der bash.bashrc an. Der Doppelfile bedeutet, es wird ans Ende von der Datei angefügt. Wenn ich einen einfachen FilePlus hätte, dann würde diese Zieldatei überschrieben. Also alles, was vorher drin ist, wäre dann weg, aber ich möchte es anfügen. Und wenn ich das unter etc.bash.bashrc einstelle, dann gilt es für alle Benutzer. Ansonsten hätte ich auch bei mir in meinem Home-Verzeichnis eine lokale bashrc-Datei, wo ich Dinge eintragen kann, die bloß für meinen Benutzer gelten sollen. Dann kann ich auch andere Dinge damit machen. Ich kann zum Beispiel hier den Suchpfad für ausführbare Programme erweitern. durch ein zusätzliches Verzeichnis, wo einfach drin geguckt werden soll, wenn ich jetzt sowas eingebe wie das Cat hier. Da muss ich nicht den ganzen Pfad angeben. Also ich muss nicht angeben hier, schrägstrich bin, schrägstrich Cat, sondern ich kann einfach bloß Cat eingeben. Genauso ist es für grafische Umgebungen, wo ich denn sowas eingebe wie KDN Live oder OBS. Da muss ich eben auch nicht den ganzen Pfad usr bin OBS oder sowas eingeben, sondern der Kommandoname reicht. Also ich tippe da bloß OBS ein zum Beispiel. Damit das Ganze funktioniert, gibt es eine Umgebungsvariable, die hier Path heißt, in Großbuchstaben und dort werden Verzeichnisse aufgelistet, in denen gesucht werden sollen nach diesen ausführbaren Dateien und dann wird da durchgeguckt und dann wird das aufgelöst zu dem vollständigen Verzeichnisdateiname. Bei zusätzlichen Programmen, die ich vielleicht installiert habe oder in meinem Fall hier diese Trinity Desktop Umgebung, da liegen die zusätzlichen ausführbaren Programme unter schrägstrich Opt, schrägstrich Trinity, schrägstrich Bin und darum muss mein Pfad, dieser Suchpfad erweitert werden, damit ich auch meinen Texteditor, meinen CATE oder auch meinen Zweispalten Dateimanager Crusader drin habe, ohne dass ich den kompletten Pfad angeben muss. Das können wir wiederum ablegen in einer zusätzlichen Datei, die ich hier mal so genannt habe und das Ganze wird in dem Verzeichnis hier abgespeichert und dann gilt diese Erweiterung für den Suchpfad für alle Benutzer, so dass jeder einfach bloß das Kommando eingibt, ohne den ganzen Pfad eingeben zu müssen. Ja, auch wenn Debian schon wirklich sehr, sehr viele Pakete mit im Paketbestand hat, kann es natürlich sein, dass die eigene gewünschte Anwendung nicht enthalten ist. Das kann zum Beispiel ein Webbrowser sein, sowie Brave, also die pflegen eine eigene Paketquelle, die kann man dazu einbinden oder mein Trinity Desktop Environment, das hat auch eine eigene Paketquelle, die ich für Debian einbinden kann, die es aber auch für Ubuntu und Co. gibt. Damit das Ganze in meinem System auch verfügbar ist, lade ich mir meistens ein Signaturschlüssel herunter. Viele Projekte bieten dafür eine Signaturschlüssel-Debian-Datei an, die das Ganze im System verankert. Lade ich mir über WGET in diesem Beispiel mal herunter. Das ist eben dieser Keyring, also so ein Schlüsselbund. Und damit werden die Pakete auch signiert, die ich danach beziehe, so dass mein Paketmanager der APT überprüfen kann, ob die Pakete auch alle in Ordnung sind, nicht verfälscht wurden. Also das sichert das Ganze nochmal ab. Der Minus-O-Parameter sagt, dass ich das exakt dort ablegen möchte, was runtergeladen wurde. Dann installiere ich dieses Paket über dpkg-i. dpkg ist selbst der Paketinstaller auf niedrigerem Level. Also der löst keine Paketabhängigkeiten auf. Er kann einzelne Debian-Pakete installieren. Und die Abhängigkeiten muss man eventuell hinterher noch gerade ziehen. Aber bei so einem einzelnen Paket, so einem Schlüsselbund hier, ist das kein Problem. Danach kann ich auch schon wieder diese Debian-Datei löschen. Die brauche ich bloß einmal, um diesen Schlüsselbund an die richtige Stelle in meinem System entpacken zu lassen, damit diese Schlüssel hinterlegt sind. Dann baue ich mir eine neue Paketquellenliste. Die sieht jetzt für das Bullseye so aus. Lege ich in dieser Datei hier ab. Das ist quasi so, wie wir es schon mehrfach hier gesehen haben. Und dann hole ich mir wiederum die Informationen über neue Pakete. Und dann kann ich Pakete auch installieren, die es in dieser Paketquelle bei trinitydesktop.org gibt. Also ich kann jetzt mein crusader-trinity damit installieren oder auch den ganzen Desktop mit dazu. Ja, das erweitert auch nochmal die Möglichkeiten eures Debian-Systems, um nochmal mehr Pakete reinzubringen. Und bei zusätzlichen Paketquellen, die nicht vom Debian-Projekt ja maintained werden, also nicht überprüft werden, da muss man natürlich wissen, ob man dem Hersteller oder dem Maintainer auch vertrauen möchte. So, damit wären wir jetzt auch durch mit den elf Tipps zu Debian 11. Ich hoffe, es hat euch geholfen, vielleicht nochmal ein paar Einblicke in Debian gebracht, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind, was man damit vielleicht nochmal machen kann. Wenn ihr jetzt meint, die Software ist zu alt, könnt ihr euch neue reinholen. Natürlich wiederum mit dem Nachteil dabei, dass Dinge, die sehr neu sind, weniger getestet sind, als das, was als stabil drin ist. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren hier, Glocke drücken und ja, bis dann. Vielleicht in meinem Kanal, wenn ihr es jetzt bei den TUX-Tagen gesehen habt. Ich mache halt relativ viel solche Dinge, die nicht unbedingt was mit Desktops zu tun haben. Ich bin halt Dienstleister und ja, eher Serverbereich, Administration, Automatisierung und solche Sachen. Von daher ist das ein anderer Bereich, als was ihr normalerweise zum Beispiel bei Linux Guides seht. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017